Hallo und herzlich willkommen bei Gin Decks. Heute wollen wir euch den Little Gin vorstellen, den Hampstead London Tri Gin. Den kennt ihr vielleicht aus dem Lidl Supermarkt. Der ist dort teilweise dann im Angebot verfügbar, wenn sie britische oder englische Wochen haben. Und dann ist er auch immer relativ billig, für 6 oder 7 Euro ungefähr, für einen halben Liter. Das ist nur eine halbe Liter Flasche. Aber das macht ihr dann quasi 12 bis 14 Euro der Liter. Ja, er hat 40 Prozent. Informationen über den Hersteller findet man recht wenig. Er wird wohl in der Nähe von Saarbrücken produziert. Laut Internetangaben hat das Ganze zwölf Botanicals, die aber nicht näher beschrieben sind. Für so einen billigen Gin hat er eigentlich eine relativ aufwendig produzierte Flasche mit einem Relief auf beiden Seiten. Ein geprägtes Logo. Also man fühlt da was. Mit Sonderfarbe, silberglänzend, im Wappen und am Rand. Ja, das gleiche Papier mit zilbernem Rand auf der Rückseite ebenfalls. Und darunter fühlt man, ich weiß nicht, ob man das sieht, dahinter, da ist irgendwo so ein Chip. So ein RFID-Chip. Eben, dass man den guten Lidlchen nicht klaut. Sondern, dass es dann piepst. Das piepst. So, dann probieren wir den ganzen mal. Ja. Oh, es riecht schon. Es riecht ja jetzt schon. Er ist klar. Es ist ein klarer Gin. Klar, es ist ein anderen Rai Gin. Die sind ohne Farbzusätze. Mhm. So, probieren wir mal. Er schmeckt sogar gut. Er schmeckt gar nicht so nach fuseligem Alkohol. Schmeckt sehr würzig. Es ist witzig, ja. Also nicht nur würzig, sondern auch witzig, weil tatsächlich diese billigen Gins, wie auch der aus dem Penny, die sind irgendwie ihr Geld wert. Gerade wenn man nur Gin und Tonic mischt. Für eine Party, wo man nicht das teuerste Zeug raushauen will. Also wir mögen den auch sehr einfach als einen ganz klassischen, schönen Tonic getrunken. Für, ja, für sechs Euro. Kann man wirklich mit dem, macht man gar nichts falsch. Der ist wirklich super toll. Und das Tolle ist, der schmeckt auch einfach richtig toll mit dem Tonic Water, das es auch im Lidl gibt. Also mit einem Einkauf kriegt man das volle. Da steht die Party. Da steht die Party sozusagen. Die Party steht mit einem Einkauf im Lidl. Zumindest was Gin und Tonic angeht. Absolut. Das kann man weiter empfehlen. Das ist schon sehr gut. Das ist sehr lecker. Mhm. Also achtet auf die britischen oder englischen Wochen im Lidl. Wenn wir zu schnell trinken. Dann wird er scharf. Ja. Dann holt euch den mal. Well done, Saarland. Bis dann. Bis dann. Bis dann.